La 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 7, 6 Ok, das ist ja das Tobi? 13 und 2 hab ich noch Tobi kommst du mal kurz? Ja Ich komm mal an Zorkel Ja Ja Guck mal Geschenke Gronkh und Tobi Da ist aber nichts Ach, hat jemand anders wahrscheinlich mitgenommen Der Celo Offen für jeden Ah, ist klar Hab das Schild korrigiert Hol dir dat Fleisch Na komm Eine Minute lässt man ihn außer Acht So, la 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 Dö 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 Mein Held Was passiert da oben eigentlich gerade? Weiß ich nicht, wo gehst du grad hin? Ich weiß nicht, der Tequila. Oh, da war was drin, tatsächlich, in der Kiste, aber offenbar, jetzt offenbar nicht mehr. Tobi, ich muss dringend, uiuiuiuiui, uff. So. Oh, ein Fleisch. Oh, ein Wolf. Wir könnten Bäume pflanzen, aber das bringt uns, glaube ich, nichts. Ich glaube auch. Wir wollen ja Dings haben. Wir wollen, wir brauchen, also, eigentlich brauchen wir Rohstoffe. Ja, und wir bräuchten immer eine gute Quelle für Rohstoffe. Hätten wir vielleicht da bauen sollen, wo es Rohstoffe gibt? Das Problem ist, da spawnen halt auch immer Echsen, ne? Ja, gut. Man kann nicht alles haben, Tobias. Erik. Oh, Rohstoffe. Gronkh. So. Es gibt doch weibliche Charaktere. Hä, natürlich. Was ist da, äh, weiß ich jetzt auch nicht. Versteh ich nicht. Jetzt raste ich aber aus. Ich war mal eine Frau. Vorhin. So. Okay. Ich sammle immer weiter irgendwie Rohstoffe, wenn ich welche finde, ne? Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, aber vielleicht gibt's ja. So, ah, hier schön ernten. Und ich mach die Büsche leer. Oh, da unten gibt's bestimmt Rohstoffe. So, wie sieht's denn inventartechnisch aus? Das ist gut. So. So. Tobi. Tobi, Tobi. Hier ist ein Plateau. Da gibt's ja bestimmt schöne Rohstoffe. Hm? Was ist denn das da? Ein Plateau. Was ist das da? Ein Monster, das ich noch nie gesehen habe? Hier ist ein Plateau. Er ist alleine losgezogen. Plateau-Bau. Äh, ja. Er ist ja wohl alleine. Ich wollte, ich wollte für uns gemeinsam Rohstoffe finden, Tobi. Hm. Fürs Team. Hm, hm, hm. Aber, das ist nicht so leicht. Du, 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 du. Erik, ich komme. Da. Wett. Hey, Erik, ey. Der Tequila hat mich von zu Hause vertrieben. Oh, warte. Ah, Nase juckt. Bin einfach besoffen losgelaufen. Ich wusste gar nicht, was ich tue. Oh, hier ist noch ein Plateau. Ich gucke mal. Was sind das denn für... Was sind Bananen... Sind Bananenstauden hier? So. Diese Plateaus sehen halt so aus, als müssten hier wahnsinnig viele Rohstoffe spawnen. Aber irgendwie ist hier nichts. Es sei denn, jemand war schon hier. Zumal die Leute auch hier genau nebenan bauen. Also könnte die Rechnung aufgehen. Ein Plateau-Bi. Ey, Vorsicht, ja. Mustang number one. Moin. Geh nämlich mal mit. Wie Hühner hier einfach immer spawnen, so random. Und dann dann mal abhauen, weißt du? Obwohl die auch eh sterben. Ja, eben. Warum rennen die eigentlich noch? Warum die Mühe? Warum nicht... ...stolz erhobenen Hauptsinn tot gehen? Oder in den Bauch. Oh, hier ist aber... Oh, ein Schutzwall. Ah. Jetzt warte doch mal auf mich. Ja, ich warte doch die ganze Zeit schon. Ich renne dir die ganze Zeit hinterher, weißt du. Oh, Sand. Ich mach erst mal Urlaub hier gerade. So, Tetra-Virus. Ähm. Ah, da ist ja wieder der Tetra-Virus. Äh, ich weiß gar nicht. Können wir Brecheisen machen, Tobi? Nee, wir haben kein Eisen. Hatst du wirklich... Ah. Hatst du wirklich jemanden Brecheisen, dass der Tetra-Virus mal kurz leihen könnte, eventuell? Aus ganz egoistischen Gründen? Weil die feinen Herren-Streamer wieder ihre Sonderbehandlung wünschen? Ah, der Hero-Slayer hätte eins. Das wär... Das wär super. Ah, das wär natürlich cool. Gegen grünes Heilkraut. Hallo, wir sind Twitch-Streamer und YouTuber. Wir kriegen alles umsonst, bitte. Außer natürlich unsere Reichweite. Für die werden wir reichlich bezahlt. Also, ich wollte neulich Eintritte im Club haben, aber das war reichlich unverschämt. Okay, Tetra steht am Claim. Ich bin leider gerade, äh, irgendwo im Süden. Ah ja, habt gehört, ihr bekommt aber nicht in Clubs. Doof. Oh, das ist aber cool hier, das Haus. Das ist ja süß mit dem kleinen Ding ist da drumherum. Schade. Kann mir immer das Brecheisen anschließend leihen. Ah, ist abgerissen. Cool. Das ist ja nice. Geil. Nichts klauen. Hä, klauen? Ich wollte mir das Haus nur mal leihen. Als, als Ferienhaus. Wochenendhaus. Glaub dem nicht. Ja, Tobi, komm doch mal ran. Dann siehst du das. Ja, ich lauf dir schon die ganze Zeit hinterher. Ja, dann lauf doch mal schneller. Ich kann nicht. Zwangseneignung. Ja, tut mir leid. War da gerade jemand? Tobi. Laufst du nur hin, Tobi? Tobi, komm mal. Oh, das Haus hier. Oh, das ist schön. Ne? Das ist schön gemacht. Hier. Oh. Oh, Russki, jetzt. Njep. Oh. Hindernis im Weg, was? Oh, Tobi, dankeschön. Jetzt kann uns ja nichts mehr aufhalten. Ja, wir brauchen halt Rohstoffe, ne? Das ist echt ein Problem, ne? Ja, Rohstoffe. Ein paar Rohstoffe brauchen wir. Und egal, in welche Richtung man läuft, es ist überall. Irgendwo hat jemand gebaut. Ja, ja. Der Server ist auch ein bisschen voll. Ich frage mich, warum. Oh, ja, ja, auch. Dass man durch die Baupläne durchkommt. So, ich nehme Sand mit für Felder. Oh, was ist denn da los? Ich muss auch kurz die Keule ausprobieren, Tobi. Mach mal. Oh, das funktioniert ganz gut. Geil. Renn ruhig zehn Stunden um mein Gebäude rum, das stört mich nicht. Ja, gut, aber dein Claim steht draußen. Ich hab das nur festgestellt für dich. Das haben die 89 auch gedacht. Und jetzt guckt die an, wo es hingeführt hat. Alter, was hat er denn hier gebaut? Ja, offenbar hat er ein paar Claims gebaut, wa? Junge, 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 krass. Nicht übertrieben oder so? Ist das... Ist aber schon wieder der Pipovic. Der ist überall. Pipovic, hier wohnst du also. Wie ist das in deine Behause? Ich weiß gar nicht, was... Ist seins, tatsächlich. Der Pipovic ganz bescheiden, wie er ist. Haut erstmal 30 Claims dahin überall, weißt du? Wohnt in Bauplänen. Oh, das sind fünf Kisten, Tobi. Was könnte da drin sein in den Kisten? Ich würde es gerne wissen. Ich auch. Ja, wenn es bloß eine Möglichkeit gäbe, das zu erfahren. Oh. Toll. Warte mal, wenn der Racheengel da draußen Feuer macht, ist das aber nicht sein Haus, ne? Aber kommt er da nicht rein. Ich hab's schon probiert. Nee. Nee? Nee. Leider nicht, nee. Ich klopf mal. Oh, das haut ewig. Okay. Wollte mal klopfen. La 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 la. Dory come. Dory come. Das whatever ist Spider come. Oh, Mr. Krabs schon wieder. Miss Knäckebrot. Na sieh mal einer an. So sehen wir uns also wieder. So. Moin Tobi. Hey, was geht's? Ich buddel im Sand. Oh, da ist der Sand. Geil. Bringt das Spiel richtig weit nach vorne. Okay. Du, den krebs ich, die Schildkröte. Komm. So machen wir's, Tobi. Geil. Die Schildkröte war aber auch aggressiv gerade, hab ich gerade gesehen. Die war richtig heftig. Also ich hab's fast nicht geschafft. So, Seestern. Meinst du, schaffst du? Puh, war knapp. Oh. Oh, Mist, ich bin vergiftet. Alle sind vergiftet. Ich hab gerade drauf gewartet. Nach dem Kleinen gibt's einen 24-Stunden-Schutz, wo man nichts kaputt machen kann. Alles klar. Der Maler Ingo kennt ihr das Spiel. Ist unfassbar. So, Tobi, was machst du denn da? Du stirbst doch gleich. Mit Ü stirbst. Stirbst. Dieser Seestern. Dieser Seestern. Das macht mich wirklich aggressiv. Oh, Schildkröten. So. Gut. Die Schildkröte hat nur drei tierisches Fett dabei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sie trifft mich natürlich. Natürlich. Hey, ich bin die Schlager und ich hab ne Range von 5.000. Ist doch klar. Ist doch klar, Tobi. Was denkst du denn? Huch. Wollen wir vielleicht einmal durch die Mitte, durch das Schwarze nochmal durchlaufen? Ich weiß, ich war doch noch nie. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Achso. Der fein Herr Pipovic hier mit seinem Hollywood-Domizil, weißt du? Hi. Danke. Ist schon schön hier. Ist schon schön hier. Hat er aber den kompletten Claim gebaut, siehste? Das ist sicherlich schlauer als bei uns, aber wir wussten es natürlich nicht. Ist schon cool, ist schon cool. Was war denn hier? Das ist echt nicht so alt. Pipovic, mach die Tür auf. Alles klar, vielen Dank. Helden des Alltags. Ich glaub, der wurde uns gefangen eben. Zu doof, um durch ne Tür zu gehen. Oh, was ist das da? Oh, Wildschwein. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wildschwein. Oh, geil, geil. Scheiße. Scheiße. Geil, geil, geil. Warte mal. Oh, ist ein Huhn. Ne, da geh ich nicht hin. Noch, noch ein Huhn? Oh, warte mal. Ah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Schön. Oh, guck mal, hier ist noch so ein komischer Ding ins Baum. Hä, ich weiß gar nicht, was das Knäckebrot meint. Ich hab keine Ahnung. Hä, was denn? Ihr habt den Planeten ja ganz schön leer gelootet. Hä? Hier lootet doch keiner. Hä, wer? Alle wahrscheinlich. Ach, die Leute meint's, die Leute. Oh, hier ist so ein Ding, wo so viel Dings ist. So viel Erze normal, aber hier ist halt nichts mehr, leider. Oh, doch, hier ist noch Eisen. Oh, hier ist doch überall, da ist auch was. Sag ich doch diese Plateaus. Ja, ihr müsst aufpassen, ich weiß nicht, ob die Dings hier noch ist, ne? Die Echse. Die Echse? Ja. Loot-Punkt-Echse, oder? Ja, hier gibt's eine Echse, die spawnt hier und die bewacht quasi den ganzen Loot. Ah, ist das so eine orange kleine? Das war nämlich vorhin auf so einem Ding. Ne, ne, die ist ein bisschen größer. Und man sieht schon, dass die gefährlich ist. Okay. Hi, who is Gronkh? I don't know. He's well. Was? Schönes Otto-Englisch, alter. So. He's an old-englisch. so ich fress deine nachhut oder was denn hier los schon scharf sie war cool aus mit dem jahne hindernis im weg wenn er morgen einloggt dann sieht das ja schadstellen sind das kommt einfach dass sie das quasi die server alternative zum kratzer im lack weißt du wenn diese neidischen assis wieder rumlaufen so also ist das assi warte aber der komposterhaufen noch so oh ich komm mit ernten ah ist bewässert ok ich trink erstmal was hier Tobi wenn du trinken willst ne hier geht oh cool ah lecker schmecker kann ich meine flasche hier vielleicht noch füllen ach nice wollte ich auch grad gucken aber ich hab keine flaschen mit schade ich hab zwei gift von der schlange die droppen lässt ah ok äh ah ok gestern er ist an dem baum schlagen wir haben aber nichts wirklich kaputt gemacht wir haben ihn nur über ein bisschen angedötzt hä Tobi brauchst du Hilfe ich bin schon wieder fast tot ey der scheißschrein alter ja diese kack sau nice ich riech schon wieder zu viel ey was ist da los tun was er ist im chat oh wer ist im chat der eigentyp das ist jetzt die 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 Oh, I had a suspicion, Tobias is a necrament, always zero HP, but finally he's dead. Huuu, schön, schön. Vor allem, ich stand da noch voll weit weg. Hä? Schön. Oh, Sean Schafer live dabei. Oh, hallo Sean, liebe Grüße. Wir waren nur leidisch, weil das Haus echt schön ist. Oh. Ähm. Äh, Tobi, soll ich hier warten? Ja, kannst du machen, ich komme. Ich bin schon fast da. Achso, hä? Aber dein Leiche ist weg. Jaja, ich bin gespawnt, ich komme. Ah, nee, durchsuche Turbinator, hier ist die. Oh, schön. Xiezer, vielen, vielen Dank. Moin, Dorikan. Oh, warte mal, Dorikan, bitte nicht, ich hoffe, der lootet dich nicht. Oh, äh, 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 ja. Oh, schade, da gibt's Sachen. So. So. Ah, geil. Puh. Tobi, ich warte hier gerade auf dich. Ich komme nicht. Aber hier ist auch jemand. Hier ist auch jemand. Moment, ich hoffe, der klaut, äh, der klaut nicht dein Blut. Hm. Ich muss noch was essen. So. Moin, Tobi. Hey. Genau hinter mir, genau hinter mir, genau hinter mir, genau hinter mir. Ach, okay. Danke, danke, danke. Sehr gerne. Ah, ja. Ja. Das ist immer wieder schön. So, da hat der Sean das einfach gesehen, wie wir es in den Haus hatten geritzt haben. Oh, echt? Ja, der war im Chat. Oh. Und war wohl auch gerade in-game. Ich weiß nicht, aber da stand der AFK. Oh, das Haus wieder repariert. Da steht aber offline. Oh, nein. Das ist doch besseres Wasser als das eigene. Das wächst ja aber auch nach. Also nicht, nicht, nicht nach, aber ja. Ja, das stimmt. Das ist richtig so. Die Wände haben sich von selbst, ah, die haben sich von selbst geheilt. Alles klar. Okay. Dann ist ja gut. Gut, dass er Selfie-Wände hat. Das repariert sich von allein. Alles klar. Puh. Die hätte ich auch gerne. Da, äh, ja, zu Hause vor allen Dingen. Ja. Haust einen Nagel in die Wand, nimmst ihn wieder raus. Kein Problem. Durchsuche Lioness. Oh, ich habe Übelkeit. Hm. Du hast Übelkeit? Oh, ich hoffe, ich muss das nicht kotzen. Das hoffe ich auch. Oh. Oh, ich habe übrigens elf Fleisch dabei. Elf. Elf Fleisch. Boah, Tobi. Das darf ich nicht so laut sagen. Denk dran, wir haben Zuschauer. Oh. Leute sind hier aber weniger gestorben. Wieso sammelst du Holz? Äh, ich sammle gar nicht Holz. Ich sammle die essbaren Sachen für später. Und Blätter vielleicht. Für, äh, ja, richtig. Nahrungssuche Level 2. Na, also. Fleisch, jagd ihn. Siehst, Tobi, ich habe dich gewarnt. Oh, cool. Wie er einfach umfliegt. Ja, zu Recht. Oh. Ich habe das Gefühl, die sind viel weniger aggressive Tiere unterwegs wie bei uns. Ich glaube auch. Bei uns ist richtig alles, äh, ne? Bei uns ist richtig Street Life ist bei uns halt, ne? Wegen einem rohen Ei? Ernsthaft? Was denn? Ist ja wohl lächerlich. Ist mir schlecht. Achso, ja gut. Das war aber schon alt, das rohe Ei. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, schlürfe ich ein rohes Ei. Wahrscheinlich aber dein eigenes. Mit Maggi. Okay, das ist im Zusammenhang irgendwie ein bisschen schäbig, aber okay, Tobi. Also jeder, ne? Ich verurteile dich nicht. Finde ich gut, danke. Jeder, wie er möchte. Danke. Sehr gerne. Oh, ist das gut. Noch nicht reif. Oh. Athletikfähigkeit entdeckt. Das glaube ich aber nicht. Oh, Laro in Glitschubot. Oh Gott, die haben ein riesiges Haus gebaut. Auf dem Plateau. Ist das das Plateau? Die haben es natürlich ne... Alles klar, die haben es ja neben gebaut. Tobi, die waren alle schlauer als wir. Die haben alle ihre Häuser neben so Steinplateaus ge... Gut, einige bauen ihr Haus auch da rauf und dann spawnt er nichts mehr, aber gut. Das dauert halt echt lange, bis man... ne? Bis man genug dabei hat oder so. Ja. So. Spawnt bestimmt nach. Alles ist spawnt nach, okay. Ja, ja, sonst wäre irgendwann... 10 Minuten später alles... alles leer. Außer, wenn man sein Haus auf dem Plateau baut, ich glaube, dann spawnt er nichts mehr nach. Das wäre natürlich sehr doof, wenn man das tut. Ja. Naja, Leute sind da sehr motiviert, glaube ich. Und ich würde es auch mal probieren, aber... Das Haus war offen. Naja, aber der Typ war gleich daneben. Hey, jeez. Was geht? Ist das dein scheiß Ernst, du Spackenalter? Was denn? Der hat mich getötet. Wer denn? Jeez. Jeez? Wer ist denn Jeez? Der Typ, mit dem ich gerade auf dem Plateau war. Was für eine Misset. Jetzt räumt er meine Sachen auch noch aus. Oh, alles klar. Was für eine Misset, Alter. Auf welchem Plateau? Relativ weit unten. Okay, ich weiß, ob es das Plateau ist, das weiß ich nicht. Nee, noch eins weiter unten. Ich bin relativ weit nach unten gelaufen. Was für eine kleine Missgeburt. Alles klar, Serverhand. Los geht's. Blackwolf hat deine fallen gelassenen Gegenstände aufgenommen. Okay. Ja, ja. Blackwolf also. Das ist doch... Das ist doch brennend, Alter. Ja, dann... Nö, Entschuldigung. Dann... Kein Mitleid. So. Schreibe den Namen bitte, Tobi. Dann ist der Koss. Boah, hab ich Koss... Ich hab Koss echt lang nicht mehr gehört. Ja. Alles klar, alles klar. Bei Koordinate. Warte, warte, warte. Ich kopier die gerade. 11, 30, 110. Muss mal selber gucken, wie man hinkommt. So, jetzt habt ihr Freunde, Alter. Jetzt habt ihr Freunde. Wenn ich wüsste, wie komm ich da hin? Dann... Dann... Dann...